Wenn ich hier oben stehe, am Kittsteinhorn hat mein Papa früher gearbeitet, also über zehn Jahre. Da unten ist unser Familienhaus, das man von da sieht, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind mit der Skihauptschule jeden Tag eine Stunde laufen gegangen, sind immer die Runde da hochgelaufen. Das sind schon Plätze, wo ich ein bisschen verwurzelt bin. Von dem her ist das schon eine Region oder ein Platz, der für mich sehr wichtig ist, weil da ist meine ganze Kindheit abgestimmt. Man sieht also auch absolut in den schlechten und guten Phasen, welche Leute zu dir stehen und welche nicht. Aber ich muss sagen, bei Rapid ist es wirklich sensationell. Wir haben eine richtig schlechte Saison und wir haben im Schnitt 21.000 Zuschauer. Du merkst einfach, wenn die Leistungen nicht passt, dann die Leute kommen.